Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Herzlich Willkommen zu Corona TV am 13. November. Es ist Viertel ab 12 Uhr in der Nacht. Ja, ich bin wieder mal da und es ist ja sehr viel gelaufen in den letzten Tagen. Und wenn man ja über die Grenzen schaut, dann muss man wirklich sagen, jetzt spinnt es komplett. Wirklich. Also das ist ja wirklich schon fast Freiheitsberaubung. Also das ist unerhört. Da frage ich mich. Ich meine, der EU-Gerichtshof schreit da auch irgendein Kleines, oder? Aber was ja jetzt Österreich am Ende ja anstellen will, dass der Lockdown nur für die Ungeimpften sind. Also das ist wirklich eine schwere Diskriminierung. Und wie schon gesagt, eigentlich eine Apartheid statt Schwarz-Weiss zwischen geimpft und ungeimpft, oder? Es ist grundsätzlich genau das Gleiche, oder? Und im Deutschen Nennen sieht es auch nicht viel anders aus, oder? Und dann konnte man auch lesen, dass auch zum Beispiel, wo man ja doch hoch gelobt in Dänemark und Holland, oder? Dass die anscheinend auch wieder so eine hohe Fallzahl haben. Aber eben, ich weiss auch nicht. Ich frage mich, äh... Also studieren die wirklich nichts? Ich meine... Und von der Grippe gehört mir ja wieder nichts. Gar nichts. Also die ist wahrscheinlich verschwunden, oder? Und ich meine, das ja in die Jahreszeit... Ich meine, um die Jahreszeit herum haben wir ja in der Schweiz pro Tag etwa fast 10'000, die ja an Grippe erkranken, also beziehungsweise an Grippe bekommen, oder? Und das ist jedes Jahr genau das Gleiche. Also da sind wir ja da eigentlich noch harmlos, oder? Und, äh... Und eben, wir haben natürlich... Bei uns ist es ja jetzt auch gestiegen, oder? Ich frage mich, was jetzt denn da für den nächsten Unsinn kommt, oder? Und... Aber eben, sie lernen es einfach nicht, äh... dass die Masken das Problem sind, weil sie haben... Sie wollen einfach ihr Versagertum, seinen Scherbenhaufen, äh... einfach nicht wahrhaben, beziehungsweise einfach nicht dazu stehen, wir haben versagt. Und eben, und dann gehen wir nochmal auf Österreich zurück. Und vor allem dort, die Ungeimpften müssen eigentlich den ganzen Tag, sobald sie zum Haus ausgehen, müssen sie so noch eine FFP2-Maske anlegen, oder? Und, ich meine... Das ist eben genau der Widerspruch, oder? Noch niemand hat sich bis jetzt von draussen angesteckt. Überhaupt niemand, oder? Und... Und vor allem mit diesen ganzen Masken... Ich muss mal schauen, vielleicht finde ich der Bericht nochmal... Ich weiss nicht, ob das von Amerika oder von England gekommen ist... Und zwar hat man die gemessen gehabt, wie viel Frischluft, wenn man die Maske über das Mund und die Nase hat, überhaupt reinkommt. Weil die Lunge ist auch sehr... Klar, die anderen Organe sind auch sensibel, aber die Lunge ist besonders sensibel, vor allem für solche Viren natürlich. Weil die Viren befallen natürlich zuerst die Lunge, oder? Und... Dann hat man festgestellt, dass zum Beispiel eine Stoffmaske eigentlich eine relativ gute Frischluftzufuhr hat, also so rund 60%. Aber dann geht es ja schon rapid runter. Und dann kommen unsere medizinischen Masken, da gibt es natürlich auch verschiedene... Es gibt solche, die haben einen dicken Stoff, da gibt es solche, die einen dünneren Stoff haben, oder? Und dort ist die Frischluft gerade einmal bei 30%, oder? Und ganz schlimm ist es natürlich bei den FFP2-Masken, oder? Die hat natürlich eine Frischluftzufuhr, also wirklich, wo die Lunge eigentlich braucht, oder? Von ungefähr 10%, oder? Und der Rest ist alles das, was ihr rausatmet, dünnt ihr quasi wieder einatmen, oder? Das ist genau das Gleiche, wie wenn jemand in der Garage, das Garage Tor zumacht und das Auto laufen lässt. Das ist grundsätzlich genau das Gleiche. Man stirbt auch daran, oder? Und die Lunge... Man verstickt an der Stikoxid, oder? Und... Eben! Solange wir eine Maskepflicht haben, und solange die Versager, da nicht nur bei uns in der Schweiz, eigentlich überall, wo Linke an der Macht sind, es nicht eingesehen, dass die Masken das Problem sind, dann werden wir nie rausgehen, Leute. Das nützt den Impfen eh nicht. Und wenn man ja jetzt auch wieder eine neueste Studie wieder lässt, oder? Dass die Impfe... Jetzt hat man erst recht festgestellt, dass die Geimpften eine grössere Gefahr sind für die Ungeimpften und für sich untereinander selber. Oder? Oder? Und... 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 Und eben... Und da will man es jetzt noch boostern, alles Mögliche, oder? Es ist wahnsinnig, es ist wirklich eine psychisch gestörte Welt. Wirklich! Ich kann es einfach nicht anders sagen, oder? Und vor allem eben, vor allem die Leute, wie sie sich teilweise benehmen, immer wieder noch, oder immer noch. Es ist einfach wahnsinnig, also man schüttelt wirklich den Kopf. Und... Es ist unglaublich! Wirklich! Und eben... Ich meine, bei uns sind zwar die Fallzahlen relativ hoch, aber die Hospitalisierungen und Todesfälle sind ja eigentlich relativ niedrig. Und äh... Sie haben ja gesagt, sie tun es ja eigentlich ab dem Messen. Daher haben die Fallzahlen eigentlich null Relevanz. Und eben, ich möchte eigentlich gerne mal wissen, vor allem bei den Fallzahlen, wieviel Prozent das sind geimpft und ungeimpft und vor allem aus was für Sparten das die Leute kommen. Oder? Berufsebene. Und da bin ich davon noch sehr überzeugt, dass vor allem Bürokraten, vor allem die, die zu Hause sitzen, eben den Traum. Träger sind, oder? Und... Und ähm... Was hätte ich so wollen sagen? Ähm... Sie haben ja gerade den Vater verloren, Leutlis. Ja, jetzt kommt es mir gerade in den Sinn. Sie haben ja gerade den Vater verloren. So, Leutlis. Also, ich wünsche euch ähm... Ah! Jetzt weiss ich, was ich so wollen sagen. Eben. Da tut man ja ständig, wegen den äh... Demonstranten, die gegen das Comic-Gesetz demonstrieren. Immer wieder quasi nachkriegen, dass sie eigentlich ähm... Ja, wegen null Abstand, keine Maske, überhaupt nicht. Aber, eben. Wir haben eben vor... Bald vor einem Jahr, oder? Hat ja fast nach den Einseiten gezeigt gehabt, oder? Dass Normalität ein Rezept ist. Und noch keine einzige Demonstration, ich sage jetzt im Volksfest, gegen das Covid-Massnahmen und Covid-Gesetz und alles drum und dran, hat bis jetzt dazu geführt gehabt, dass die Corona-Virus, also Corona-Fallzahlen explosionsartig gestiegen sind. Also, das zeigt, dass was die beschlüsse, komplett falsch ist. So, Leutlis. Also, ich wünsche euch ganz einen schönen Abend, oder bis jetzt eine gute Nacht, schlafen gut. Ähm, ich werde morgen, werde ich dann statt das Corona-TV, werde ich dann meinen Kommentar zu den drei Abstimmungsvorlagen abgeben, inklusive noch eine der Kantonalen, der Zürich Kanton. Und am Sonntag hören wir uns dann meinen Kommentar zum Sonntag. Ausser, dass ich noch etwas Aussergewöhnliches sehe, da gibt es sicher noch mal ein Corona-TV-Video. Aber bis jetzt ist es so, morgen, wenn ich dazu komme, ich muss morgen arbeiten, einen Kommentar zu den Abstimmungsvorlagen und am Sonntag dann einen Kommentar zum Sonntag. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend, gute Nacht, schlafen gut und bis morgen. Bis zum nächsten Mal.